die 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 so meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Portal 2, heute wieder mal mit Animan zockts ähm ich habe versucht das gerade zu erklären soweit ich nämlich noch weiß muss man hier dagegen springen dann fliegt die Ball irgendwie raus und mehr weiß ich irgendwie gerade nicht, also man muss noch da durchspielen TXT kommt mal langer Ball ja so, und das macht das war zu früh nee, das geht noch so, und einer muss jetzt im, ach ne das geht nach home nur und einer muss nach oben ja 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 und du musst nämlich früher speziellen das sitzt jetzt in meinem Tests ober sobre, das war zu früh Es war viel zu früh Vielleicht kann ich ja beides machen Vielleicht wenn ich beides mache, bin ich pünktlich So, und dann wieder zurücklaufen Und dann rein Nein Was? Hast du das gerade weggemacht? Ich wollte da so reinspringen Dann macht es einfach gleich weg Wach, wach Das war viel zu früh Das war auch viel zu früh Ab Ich komme Nein, nicht drüber Hä? Warum bist du jetzt hier drüber? Wir sind doch jetzt da drüber Ja, keine Sorge Ja, das ist das falsche Portal, oder? Ne, ist richtig Ne, das ist falsch Oh, ne, passt Ist das eklig Hä? Du musst dich das blau ändern Achso Alter, nein Hier sind die Experten in dem Spiel Wo jetzt hin? So, das muss, also da drüben muss es ankommen Ach Da geht nämlich der Ventilator aus Oh, krass Muss ich, wie komme ich denn da rüber? Ja, das ist jetzt die gute Frage, die Beide und ich mich, äh, uns lange gefragt haben Deswegen habe ich das auch in neuen Part gemacht Ey, da war das nicht Also, sobald du dort da ging, äh, das ausmachst, fixst du mich durch das Windrad und dann muss ich dich dort drüber bringen oder du mich Soweit weiß ich auch noch Krass Und wie soll man da rüberkommen? Ja, das ist die gute Frage, die habe ich seit lang, ich habe das seit lang nicht mal gemacht Ah, ich hab's Man muss da reinspringen Ah, ne, da kommt man durch zur Ventilator Ja, also man muss da durch am Ende springen, das weiß ich Du musst irgendwie, äh, wirst dann irgendwie, mit irgendwas muss ich rüber katapultieren Aber der Sprung wird nicht reichen dafür, das weiß ich Ah, das denke ich, das weiß ich nicht, das denke ich Ah, ich dachte ich schaff's Ja gut Ich frage mich gerade, warum da drüben eigentlich noch so eine gerade Fläche ist Okay, gut, ähm Hallo Marcel, da bist, eins und eins Was? Achso, warte, 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 warte Das ist mir schon klar Scheiße, ich habe gedacht, ich komme Ich habe gedacht, ich kriege einen bestimmten Winkel hin, aber Kann man da rüber springen? Äh, ne Ah Piu Piu Waffen Achso, wir sind aber auch ganz dämlich, oder? Hä? Wie warst du mal mit Soja? Aber einer muss eben festhalten Und der andere muss rüber springen Bist du bereit? Ja, ich, warte, 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 das Ding ist noch nicht draußen Jetzt kannst du Hallo Agba Oh, aber knappe Messen hier So, und Geh mal da durch Ja, geh mal durch Partner sich drücken Ah, ja, okay Ich muss dich jetzt steuern Wo du dein scheiß Laser Hey, was ab Bin hier drüben Du musst dein Laser Dann Ah, warte, jetzt geht das los Okay Nein, 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 nein Schieß mal Bitte Genau Es hat einen Moment gedauert Weil ich Wegen Ausrichtung So, jetzt kann ich nämlich auch dort rüber kommen So Jetzt holt er sich sogar einen schon runter Wo wir das glaube ich nicht geschafft haben Nein, ich will nur Ne, komm her Und jetzt geht das los Drei Zwei Eins Drück Super Wir sind die Besten Ich habe Angst Wir brauchen nicht diese dämlichen Countdown Wir können selber zählen Also Das geht schon ganz gut bei uns Oh, nein, nichts Oh, jetzt Ich will nicht zerstört werden Go Sucht Sucht die Diskette Ah Ich habe Ah Unterschied sei es besiegelt Nein Wir werden sterben Rennen Gehen wir durch Ich bin weg Hier Fertig Lassen wir sie Nein Oh, nein So, Leute Ähm Wir haben jetzt gerade gesagt Okay, wir machen jetzt noch die drei Aber die Sache ist, dass eben Die drei jetzt wie viele Missionen hat Ich will es gar nicht Achte Achte Äh, die habe ich auch anscheinend schon alle durch Ich weiß nicht wieso Nein, es ist Nein, es ist orange Wenn da war es orange Wir werden Hätten alle durch Achso Ähm Jedenfalls bedanke ich mich, dass ihr hier noch zugeschaut habt Wir werden uns in der nächsten Folge vier davon ansehen Danach wieder vier davon Und, jo Dann werden wir uns nächstes Mal wiedersehen Wenn es heißt Portal Aktiv Nicht wahr Yay Hallo Okay Ja Tschüss Ciao